Günstige Alternativen zu den Top-Tier-Karten Pro Teams nutzen viele Spieler, die oft über 10 oder gar 20 Millionen Coins wert sind. Daher haben wir hier ein paar günstige Alternativen gesammelt. Auf der Torwart-Position geht es nur um die eigene Präferenz, da jeder Torhüter hin und wieder mal komische Animationen hat. Wir empfehlen Alisson als günstigen Allrounder. Die rechte Verteidigungsposition ist mit Mini-Showdown, der wohl besten Preis-Leistungs-SBC des Jahres, überragend besetzt. In der Innenverteidigung sind Medina-Todds oder Shapeshifter-Backer super. Als Linksverteidiger ist die Ende einer Ära-Karte von Alba ein wahres Schnäppchen. Im Mittelfeld sind Merino-Todds, Kimmich-Todds, Reikard-Shapeshifter oder gar der Gratis-Groß aus dem Season-Pass ideale Lösungen. Auf den Außenbahnen sind Shapeshifter-Frankowski, Todd-Son und Todd-David die Problemlöser. Die Box sollte mit Kane-Todds besetzt werden, da er der wohl beste Stürmer im Spiel ist. Lewandowski steht zur Not ebenfalls parat. Zu teuer ist also keine Ausrede mehr, denn hier sind...